Musik So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Hunter. Ja, ich habe mich ja sehr lange nicht mehr zurückgemeldet, beziehungsweise habe ich noch kein Video zu der neuen Waffe gemacht und das wollte ich jetzt einfach mal nachholen, auch wenn es jetzt drei, zwei Tage zu spät kommt, aber das sollte ja euch nicht weiterhin stören. So, was ist denn eigentlich rausgekommen? Ich hatte ja vor ein paar Wochen, also zum Beginn der Europameisterschaft, von den T-Shirts berichtet und bei diesem T-Shirt konnte man halt eine Premium-Variante der Bullpup gewinnen. Und hier ist jetzt halt das gute Stück, man musste halt, wie wahrscheinlich jeder mitbekommen hat, auf die Teams setzen, also sich das T-Shirt von der Mannschaft kaufen, wo man glaubt, dass die gewinnt. Und ich hatte mir halt ein paar rausgesucht, welche ich kaufen wollte, unter anderem halt auch Portugal. So, Portugal war aber auch unter denen mein, ja da habe ich, ich habe das einfach nur so gekauft, weil Portugal halt, ich hätte nie gedacht, dass Portugal halt wirklich Europameister wird, aber wie wir gesehen haben, wurden das ja jetzt. So, und deswegen habe ich halt auch die Waffe gewonnen, für alle, die halt wirklich auf Deutschland gesetzt haben. Ich war auch sehr traurig, dass Deutschland rausgeflogen ist, aber ja, die kann man jetzt halt nicht vertrösten und niemand konnte wissen halt, wer die Europameisterschaft gewinnt. Aber weniger dazu, mehr jetzt zur Waffe. Also, bei der Waffe haben wir hier wirklich eine Engraved-Variante und ich muss wirklich sagen, es sieht phänomenal aus. Also, auf den Bildern sah es schon echt gut aus, aber wenn man jetzt hier die Gravur sieht, ja da kann ich nicht ran, wenn man sich jetzt die Gravur anguckt mit den Rothirschen da drauf und das Goldene dann so, das sieht echt sehr, sehr schön aus. Also, da haben sie sich wirklich bei der Gravur und bei dem Design echt viel Mühe gegeben. Denn bei der WM-Variante vor zwei Jahren, nämlich die Schrotflinte, fand ich im Endeffekt die Gravur nicht so schön. Hier sieht man sie jetzt halt, die ist im gleichen Stil. Das finde ich gut, dass man wirklich sich auf dieses dunkle Holz mit dem Goldenen immer weiterhin beschränkt hat. Aber bei der neuen, bei der Bullpup, finde ich wirklich die Gravur viel, viel schöner. So, dann gehen wir mal aus der F-2-Variante raus und gucken sie uns einfach mal von hier nochmal an. Können ja auch mal ein bisschen mehr... Zack. Nein. So. Zack. Ähm, können ja auch mal ein bisschen in die Sonne gehen. So, damit man es besser sieht. Hier auch schön die 7mm Magnum, den Schriftzug. Also es ist genau die gleiche Waffe, bloß haben wir hier einfach eine viel schönere Variante. Und ich muss auch wirklich sagen, sie sieht auch viel schöner aus als das Original. Also da hat sich Expensive Work wirklich viel Mühe gemacht. So. Ja, ich kann jetzt auch nochmal schießen für die, die die Bullpup noch gar nicht kennen. Aber eigentlich sollte ja so gut wie jeder diese Waffe kennen. Schieße ich hier auch gleich einfach mal über Kimmel und Korn. Die repetiert halt echt schnell und ist halt auch eine schöne Waffe. Für Leute, die die Bullpup nicht hatten, ist dieses Gewehr auch wirklich ein Schmuckstück. Ja. Ja, mehr kann ich eigentlich zu der Waffe nicht sagen. Ich kann ja nochmal anlegen. Und hier gucken wir uns dann nochmal so an. Zack. Noch ein bisschen mehr zur Sonne drehen. Ja. Da sieht man jetzt hier auch richtig schön die Gravur. Das sieht halt wirklich sehr, 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 sehr schön aus. Aber was halt leider schade ist, man kann hier halt keine Hunterscore-Punkte mitbekommen. Aber das war auch schon im Vorhinein, war mir schon von vornherein klar. Das ist ja genau das gleiche wie bei der Schrotflinte gewesen. Und sollte nicht weiter schlimm sein. Weil man hat hier einfach wirklich eine Waffe, die niemand anders haben wird. Also wer jetzt nicht auf Portugal gesetzt hat, wird diese Waffe niemals in der Hand halten. So. Ja. Und eine andere Neuigkeit, die bemerkenswert ist. Und im gestrigen Livestream von Expensive World wurden zwei neue Tierarten angekündigt. Man konnte da halt tippen und raten, welche Tierart rauskommen wird. Oder wie es erscheinen wird. Und derjenige, der es richtig erraten hat, hat halt 1500 EM-Dollar bekommen. Ja. Und dann ging halt die Ratererei los. Und ich kann jetzt mal, ich höre jetzt mal hier auf, um den heißen Brei rumzureden. Die neuen Tierarten, die erscheinen werden, sind das Alpenschneehuhn und das Morschneehuhn. So. Es sind halt zwei Unterarten. Beide gehören zum Fasanartigen. Beide sind von der Gattung her Schneehühner. Das eine ist dann halt von der Art Alpenschneehuhn, das andere Morschneehuhn. So. Was ist meine Meinung zu diesen neuen Tierarten? Ich muss wirklich sagen, ich finde diese Tierarten sehr schön. Wir haben hier halt so eine Art, ja, gehören hier halt zu den Fasanartigen. Also sind sie ähnlich wie die Fasane, aber wir haben sie jetzt halt an neueren Stellen. Zum Beispiel wird das Alpenschneehuhn höchstwahrscheinlich, also das wäre das Logischste, was passieren wird, auf Waldebois angesiedelt werden. Und dann hat man halt oben bei den Steinböcken endlich eine zweite Tierart, die man dort auch bejagen kann. Weil wenn man hoch in die Berge ging, war es bis jetzt immer nur so, dass man wirklich nur die Steinböcke gejagt hat. Und das war wirklich auch irgendwie auf die Dauer langweilig und echt wenig Fauna da oben in den Bergen zu betrachten. Und das Morschneehuhn wird auf Hemmeldal höchstwahrscheinlich rauskommen. Ja, und wird auch da ein bisschen die Fauna ergänzen und vielleicht auch ein bisschen so die Map mal ein bisschen interessanter wieder machen. Ja, machen. Weil die Vögel bringen halt wirklich neuen Wind ins Spiel und ja, man hat halt, es gibt wieder mal was Neues. Wenn es jetzt noch eine neue Bärenart geben hätte oder noch eine neue Hirschart, das hätte irgendwie nicht jeden interessiert. Auch Wölfe wären für mich nicht so interessant gewesen, weil wir haben schon Kojoten, wir haben schon Füchse. Die Wölfe wären halt nur ein bisschen größer. Aber so eine Alpeschneehühner und Morschneehühner, die sind zwar genau das gleiche wie ein Fasan und da wird sich auch nicht viel ändern. Ich blende mal hier auch außerdem schon längst wahrscheinlich ein paar Bilder ein. Die sind nicht groß anders als die Fasane und da wird sich auch das Gameplay nicht groß ändern. Aber sie bringen halt auf diese Maps mehr Leben. Und auf Valdebois unten im Tal ist ja alles in Ordnung, aber oben ist echt tote Hose. Und da sind meiner Meinung nach diese Alpeschneehühner wirklich eine schöne Ergänzung. So. Ja, sonst wäre eigentlich diese Woche nichts. Diese Woche ist nichts rausgekommen. Diese Woche haben wir nichts Neues bekommen. Ich laufe jetzt hier noch Richtung Jagd. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche genau an dieser Stelle. Und dann kann ich nur sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.